Ich muss erst Pinkelpaul machen. Wie? Pinkelpaul. Pinkelpaul, ja. In diesem kalten Wetter, ich pinkel mich durch. Die Reifen gepunkten, reine Halbbar. Die Reifen gepunkten, reine Halbbar. Wenn die Winde fest wird, condensiert das. Vorm ein Drop Wasser, das geht 180 Mal. Dann kann ich das Wasser dringen. Wir haben über 300 verschiedene Typen Beetle in den Namen. Die Reifen sind eigentlich 301, Volkswagen Beetle. Und die meisten von ihnen gehören zu einer Familie Tenne per 100. Das bedeutet, dass die Wings zusammenfassen, sie nicht mehr fliegen können. Hast du ein Schrood gewährt zu Hause? Ja. In 10 Jahren brauchst du das. In 10 Jahren. In 10 Jahren. Ich habe ihn nur gesagt, in 10 Jahren, dass er eine Schotgun mit zwei Mädchen wie dieser braucht. Er braucht eine Schotgun. Er braucht eine Schotgun. Ja. Wenn wir viel Sand für die Strande, das ist hier oben. Kannst du heute sehen. Wenn das so ein bisschen wärmer ist, dann fangt das an zu rutschen nach unten und langsam kann ein Dün wandern. Zwischen Zwokop und Walvispey, die hochste Dün, 115 Meter. Die ganze totale Dün kann zwei Meter im Jahr wandern. Das ist ein Haus zu früh sein. Musst du jetzt nicht vergessen, da sind mehr als ein Dün. Allen, die Dün am Morgen. In diesem kalten Wetter, ich pinkel mit Gott. Das ist jetzt ein gutes Dün. 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 Das dauert einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht ohne Ende. Ich habe nebenan gesessen mit meiner Uhr und das einmal kontrollieren. Wasser, Wasser, die wachsen nur wo der Nebel ist, von das Meer bis so fast 90 Kilometer hinaus. Oh, he's on the phone. I can't see. He knows where to find the land. Look at the color. Zack. Oh, yeah. I got a smaller hole. He can't get that thing in. Always shadow and light. Wenn die Sonne scheint und die bewegen in die Mitte von den Körper nach der Sonnenseite, dunkel, andere Seite hell. Immer Schatten und Sonne. Siehst du? Diese Seite dunkel, diese Seite hell. You can see the two colors now on the body. Look at the eyes going round. You got it. You were too quick. Hehehe. Hehehe. He's a little bug. He's a little bug. Hehehe. 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 Come, dreh um. Guck die Leute an. Hehehe. Ah. Die hat Hunger, ne? Is he? You have viel Angst, ne? He's got a lot of fear now. Hehehe. He's got a lot of fear now. Riesige. Zandtemperatur. Zandtemperatur. Beauty and the beast. Ich mach ein Wörm hier. Sie nehmen das mit der Zunge, das ist super weit. Zwei Hände. Eine ist genug. Beide Hände, eine ist die andere. Nicht angriffen. Dann beißen sie. Die fallen lassen, es kommt Onkel Tomi sein Bein ab. Warte etwas. Die kleine ist ein Graze Lark. Die kleine ist ein Träck, die kleine ist ein Träck, die kleine ist ein Träck, ein Träck, Träck, Hier sind aber Spuren drauf. Ist da gleich gefahren? Auf der Fläche. Ja. Ja. Warte. 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 Ich habe nicht die große Ballone, wie die große Räder. Dann muss man immer mehr Momentum haben. Warte. 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 Ich habe eine Schläck, die kann in den Sand hydraten. Oh ja. Ich bin sehr froh. Also, Fotografa. Tough lady, ja, ja. Fertig? Ja. Good, next one. Steht nur vor. Die kauen sich feste, ne? If I search it, they bite harder. Hast du? Good, ich gehe runterfallen. Okay. Hast du ein Foto? Hast du gemacht? Hast du gemacht? Ja. This is when you literally iron a dew. Oh, hello. Gee, all that, eh? And they're not allowed to mine it? No. This sand will just simply blow away. Okay. This is what happens to your hair when you come close to a line. Oh! Was ist los? Do you want to show her? Oh, sorry. The arm goes higher and higher. So get the hair. Oh, nice. This is what happens to your hair when you come close to a line. She's got horrible long arm hair this woman. Long, dreckige arm hair, see? You have to give her a shave. You have to give her a shave. And there! You got Powdered! Shhh! You mean... It popped out, babe. Look that's all the holes, what's up there? Haha, wait a bit. Holla, Bart. That'sダ... Blue for some reason. Haha, the food I had to rolls around the house. Haha, what's going there? Du musst Schokolade essen. Kein Power, Mann. Die kleine Soldaten, was machst du hier? Links, rechts, rechts, rechts. Okay, we have a Namap Sand Snake. It's a snake that only moves in the day. They get this big, thick as my thumb. Very, very fast moving snake, as you saw now. Snakes in Southern Africa, with stripes going lengthwise in the body like this one, although venomous, harmless to people. I have someone who's going to have say. It serves. Oh, nice. Oh, nice. Wow, they see nothing. There is exactly nothing, except sand. Wahnsinn. Oh, nice. So many. It's a little bit of a circle. No, we can't count. I would like to know how many. Oh Gott, alle schön festhalten! Es ist schon schlimmer ausgeworfen Gubbies, Gubbies, Gubbies Adrenalin Wow Schatz, das anbietet da links Vielleicht macht mir wieder ein Tunisch weh Schatz Okay Die bewegt seitlich Von daher hat die englische Name Sidebinder Dann hat die ganze Körpellänge Grip aufgesagt Ja, slowly was a snake And animals And tour guides And they I No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no I like the creatures too No, no No, no The people want to see a belly dance Wow Das ist der einfachste Weg. Okay, lasst du Pikachu. Das Weg, das Weg, das Weg. Okay, da geht's.